Hallo, du lieber hochsensibler Mensch und herzlich willkommen zu diesem Video über ätherische Öle. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Mein Name ist Michaela Rödel. Ich bin Sozialpädagogin und psychologische Beraterin. Ich bin selbst auch hochsensibel und arbeite als Beraterin und Coach für hochsensible Menschen in Allendorf bei Nürnberg und auch online. Ich habe mich heute ja ganz besonders auf dieses Video gefreut, weil das für mich auch so ein Herzensthema geworden ist mit den ätherischen Ölen und ich finde es ganz toll, wie wir uns auch als hochsensible Menschen besonders mit diesen Ölen unterstützen können und auch den Alltag verschönern können und unser Wohlbefinden steigern können. Ätherische Öle, das ist was, was sowieso auch super gut für uns hochsensible passt, weil es auch etwas Natürliches ist. Wir mögen ja eher so Natürlichkeit, alternative Medizin, alternative Dinge und auch Dinge, die sanft wirken und nicht so reinkrachen wie die herkömmliche Schulmedizin. Und ja, dieses Pflanzliche, Natürliche ist ganz toll und auch so diese Selbstbehandlung und auch, dass wir das so mit in den Alltag nehmen können. Ja, zuerst noch ein paar Fakten rund um das Thema ätherische Öle. Was sind eigentlich ätherische Öle? Das sind die Essenzen aus den Pflanzen. Es gibt ja ätherische Öle von ganz, ganz vielen Pflanzen, von Blumen, von Bäumen, aus den Harzen, aus Zitrusfrüchten, ganz, ganz verschiedene. Und da gibt es auch verschiedene Gewinnungsverfahren, wie diese Öle praktisch aus der Pflanze rauskommen. Und meistens werden die durch Wasserdampfdestillation gewonnen oder auch durch Kaltpressung, zum Beispiel bei der Schale von den Zitrusfrüchten, dass man dann so diese Öle rauspresst. Ja, wenn wir uns ätherische Öle kaufen, dann ist es auch wichtig, da auch auf ein paar Sachen zu achten. Ich möchte jetzt heute auf keinen Fall Werbung machen für irgendeine Marke oder irgendein Produkt. Es ist einfach nur wichtig, darauf zu achten, dass es eine gute Qualität hat. Und eine gute Qualität hat auch einen guten Preis. Aber tu dir da wirklich was Gutes und tu der Natur was Gutes, indem du da auf hochwertige Qualität achtest. Ja, es ist auf jeden Fall wichtig, dass es ein 100% reines ätherisches Öl ist, dass es keine synthetischen Duftstoffe gibt, irgendwie aus der Drogerie für einen Euro oder so. Denn ja, die sind synthetisch und haben absolut nichts mit ätherischen Ölen zu tun. Ja, es ist wichtig, dass es eine gute Qualität hat, eine Bio-Qualität, dass auch auf der Flasche draufsteht. Also die ätherischen Öle, die sind ja in so Fläschchen drin, in so braunen Fläschchen auch, dass sie von Sonne auch geschützt sind. Und da ist es wichtig, dass da draufsteht, also natürlich, was es für ein Öl ist. Auch noch am besten der lateinische Name. Dann, dass es eben ein reines ätherisches Öl ist, das Herkunftsland, wie es gewonnen ist, eine Chargennummer, das Verfahren. Also am besten so ganz, ganz viele Informationen. Und es gibt da auch ein paar Firmenmarken, die da auch drauf achten, dass es wirklich gut auch hergestellt wird, zu guten Bedingungen, dass die Natur nicht ausgebeutet wird, dass die Menschen nicht ausgebeutet werden. Wenn dir das wichtig ist, dann nimm echt ein paar Euro mehr in die Hand und sei gut zur Umwelt und auch zu dir selbst. Denn man merkt auch wirklich diese Unterschiede zwischen so ganz billigen Ölen und hochwertigen Ölen. Genau. Das ist nur am Rande. Wie kann man ätherische Öle anwenden? Da gibt es so drei verschiedene Methoden. Das erste ist so das Aromatische. Also das heißt, dass das praktisch über die Nase aufgenommen wird und da kann man das Öl in einen Diffuser geben. Ich habe hier mal einen mitgebracht. Da ist einfach Wasser drin und da kann man dann so ein, zwei, drei Tropfen ätherisches Öl reinmachen und der vernebelt das dann über die Luft und man hat dann auch eine schöne Raumluft. Ich schalte jetzt den mal ein. So, dann kommt hier so der Dampf raus, falls ihr das seht. Genau. Und das macht auch ein schönes Raumklima, gute Atmosphäre, guten Duft und man hat das einfach in der ganzen Wohnung, im ganzen Zimmer. Und für uns hochsensible ist es aber da auch wichtig, achtet drauf, dass dieses Gerät nicht zu laut ist, weil manche die die surren so und es kann einem dann schon auch ganz schön auf die Nerven gehen. Der hier ist auch, der rauscht auch ein bisschen, aber ich finde es geht noch. Genau. So, ich mache den mal wieder aus. Genau. Über die Nase, ja. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann das Öl einatmen, also direkt aus der Flasche oder auch über die Hand. Oder ich habe mir jetzt hier auch so ein Diffuser Armband gemacht mit, das sind so Lava Perlen, also Perlen aus Lava Erde und die nehmen den Duft besonders gut auf. Und da kann man dann auch so ein, zwei Tropfen drauf machen und dann hat man so ein, so ein schönes Armband mit Duft und kann immer mal schnuppern, beziehungsweise das gibt auch den Duft ab. Du kannst auch die Öle, also einen Tropfen in deine Haare machen und dann hast du den ganzen Tag so ein bisschen diesen Duft. Du kannst es auf dein Kopfkissen machen, auf eine Klamotte. Also auf jeden Fall, das ist so diese eine Anwendung, dieses Riechen praktisch. Dann gibt es noch die topische Anwendung, das ist auf der Haut. Da muss man aber dazu sagen, dass die ätherischen Öle ja auch sehr stark sind und achte da drauf, dass du das mit einem Trägeröl verdünnst. Also das ist so ein bisschen Olivenöl, Mandelöl, finde ich sehr gut, weil das nicht so einen Eigengeruch hat. Kokosöl, wie du magst, dazu nimmst und dann echt nur so auf, ja, auf 50 Milliliter Öl ein, zwei Tropfen oder je nachdem, wie es auch dann oft auf der Flasche steht oder wie es für dich persönlich gut ist, nimmst. Und dann werden die Öle auch über die Haut ganz toll aufgenommen. Und dann gibt es natürlich auch noch die innerliche Anwendung. Man kann die Öle auch innerlich essen, trinken. Nicht alle Öle, also das ist auch wichtig, da drauf zu achten, was auf der Flasche steht und ob die auch wirklich zum Verzehr geeignet sind. Auf keinen Fall irgendwelche synthetischen Öle oder Öle, die jetzt nicht Bio-Qualität sind, irgendwie essen, trinken. Das würde ich auf keinen Fall machen. Ja, es gibt so Öle, zum Beispiel Zitrone, das eignet sich total gut. Das kann man zum Beispiel in einem Glas Wasser machen, kann man sich einfach einen Tropfen reinmachen und es dann trinken, schmeckt total gut. Oder es gibt auch Kapseln oder man kann es auch, ja, an Essen sogar ranmachen, also ein Tropfen Öl in die Soße oder man kann es auch zum Backen nehmen. Allerdings muss man da auch beachten, dass die Öle beim Erhitzen auch an ihrer Wirkkraft verlieren. Genau, auf jeden Fall, diese drei Anwendungsgebiete gibt es. Und jetzt möchte ich euch ein paar Themen vorstellen, ein paar Gebiete, die besonders interessant sind für uns hochsensiblen, wie wir diese Öle verwenden können. Ja, ich habe mir hier auf meinem Tisch ein paar Öle hingestellt und ich möchte euch da jetzt ein bisschen mitnehmen auch, was ich so verwende, wie ich das verwende. Und genau, da fangen wir doch mal beim Thema Stress an, denn ich glaube, das ist so das größte Thema für uns hochsensible Menschen. Wir sind ja sehr schnell gestresst, sehr schnell überreizt, überfordert, unruhig, Kopfschmerzen, vielleicht Migräne, ja, total, total schnell reizüberflutet. Und da kann das Lavendelöl super helfen. Lavendel ist eh so ein Must-Have für uns hochsensible. Darüber werde ich noch ein paar Mal heute sprechen. Auf jeden Fall kannst du dieses Lavendelöl super benutzen, um dich zu beruhigen, um runterzukommen. Also das ist auch wirklich bestätigt und ich glaube, das weiß auch jeder, dass Lavendel so eine wirklich beruhigende Wirkung hat. Und da kannst du zum Beispiel auch einen Tropfen auf deine Hand nehmen, auch mit einem Öl gerne und dann so ein bisschen verreiben und dann so ein paar tiefe Atemzüge von diesem ätherischen Öl nehmen. Und das kommt ja ganz schnell im Gehirn an und da gibt es eine sehr, sehr schnelle Wirkung. Und also ich finde, das beruhigt zum einen so emotional, mental, aber auch physisch im Körper. Ja, das geht ja auch ganz schnell ins Blut und wirkt einfach so ganzheitlich. Ja, du kannst dir auch das Lavendel zum Beispiel auf so ein Duftarmband machen, wenn du weißt, heute wird ein stressiger Tag. Oder auch in der Situation kannst du dir einfach was drauf machen und dann immer mal schnuppern. Ist auch super für unterwegs. Es gibt da auch noch anderen Schmuck. Es gibt auch Halsketten zum Beispiel mit so einem Vlies oder so, wo man dann immer mal was dran schnuppern kann. Du kannst dir auch das Lavendel in die Haare machen oder auch hier auf den Puls und so ein bisschen verreiben. Also kannst du es unterwegs auch super benutzen. Es gibt ja auch so Roll-Ons, also die da praktisch wie so ein Deo-Roller funktionieren. Kannst du dir auch selber machen. Es gibt zum Beispiel solche Fläschchen zu kaufen, so leere Fläschchen. Da kannst du auch ein bisschen Trägeröl, also ja, Olivenöl oder so ähnlich reinmachen. Und dann auch ein paar Tropfen von dem Öl. Und dann ist da hier oben so ein Roller drauf. Und dann kannst du dir das einfach so irgendwo hinrollern. Und das passt auch super in die Handtasche, in den Rucksack. Genau. Du kannst dir das Lavendel natürlich auch diffusen im Diffuser. Ja, dann hast du so einen schönen Lavendelduft. Oder es gibt auch noch die super Möglichkeit, so einen Raumspray zu machen. Da kannst du dir auch so Wasser oder destilliertes Wasser nehmen. Und da ein paar Tropfen von dem ätherischen Öl reinmachen. Und dann so. Und das riecht auch einfach gut. Genau. Bei Angst ist auch Lavendel sehr schön. Kannst du auch benutzen. Oder auch von Bäumen, von Harzen. Also Weihrauch ist da auch sehr toll. Habe ich hier auch ein Weihrauchöl. Das hilft uns einfach, uns zu erden. Und lindert auch wirklich Angst. Und es gibt auch noch andere tolle Bäume, die, wie ich finde, sehr erdend sind. Und gut gegen Angst helfen. Zum Beispiel habe ich hier auch noch so ein Öl-Fichten-Nadel. Das ist auch ganz toll. Zum einen erinnert es uns so an den Wald. Und ja, es hilft uns einfach zu erden, Festigkeit, Sicherheit zu fühlen und zu spüren. Ja, ein anderes großes Thema von uns Hochsensiblen ist auch so der Schlaf. Weil es hat ja auch was mit Loslassen, mit Beruhigen, mit Runterkommen zu tun. Wir haben dann oft abends oder in der Nacht unser Gedankenkarussell, unseren Stress, unsere Sorgen und kommen da ganz schwer runter. Und da ist auch wieder Lavendel super toll. Das ist wirklich auch nachweislich, dass Lavendel da einfach super hilft. Du kannst Lavendel auch wieder in der Hand, im Diffuser benutzen. Du kannst den Diffuser auch nachts laufen lassen. Dann hat man einfach ein schönes Lavendel-Raumklima. Es gab auch eine Studie, dass Lavendel nachts diffust bei Menschen mit Trauma, posttraumatischer Belastungsstörung, die Albträume reduziert. Finde ich auch sehr spannend. Und du kannst auch Lavendel mit einem Trägeröl abends, bevor du ins Bett gehst, auf deine Fußsohlen geben und da einmassieren. Das sind auch so Stellen an den Fußsohlen, wo die Öle gut aufgenommen werden. Du kannst auch einen Tropfen auf dein Kissen draufsprühen. Oder du kannst dir da auch so eine, genau, ich habe hier auch noch so eine Mischung mit einem Mond und Sternen. Das ist so eine Einschlafmischung. Da sind noch so ein paar andere Sachen drin, aber auch viel Lavendel. Und das kann man sich dann abends auch einfach sprühen oder auch aufs Kopfkissen sprühen. Das ist super toll. Und das kann man auch mit Kindern schön machen. Also wenn Kinder schlecht einschlafen können oder auch als Abendritual so die Füße noch einölen. Oder auch mit so einem Roller an den Füßen rollen. Also mein kleiner Sohn, der mag das auch ganz gerne. Oder auch die Fußer oder aufs Kopfkissen in die Luft sprühen. Und bei Kindern ist es aber auch wichtig, dass man darauf achtet, dass es sehr, sehr verdünnt ist und nicht zu stark. Das nur noch am Rande, ja. Genau. Dann gibt es auch noch Öle, die unsere Stimmung heben. Wir haben ja auch oft mit Niedergeschlagenheit, mit Mattigkeit, mit Stimmungsschwankungen, auch mit Erschöpfung, Energielosigkeit, Antriebslosigkeit zu tun. Und da sind besonders Zitrusöle super. Also zum Beispiel Lemon, also Zitrone oder Crepefruit. Was haben wir noch? Orange, Limette, also Bergamotte. Zitrone, alle solche Zitrusfrüchte. Und die, wie gesagt, die kann man sehr gut, also informiere dich vorher, welche man echt auch essen und trinken kann. Aber eben Zitrone mache ich mir echt super gerne ins Wasser. Ich finde, es gibt so einen frischen Kick und energetisiert so. Und Zitrone im Wasser ist auch super reinigend und entgiftend und schmeckt einfach total gut. Ist auch noch sehr gesund. Kann ich nur empfehlen. Und macht irgendwie wach, ja. Man kann sich auch, gerade früh, wenn du früh duscht und dich nach dem Duschen vielleicht eincremst, dann kannst du da auch in deine Creme, in deine Lotion, in dein Öl noch einen Tropfen vielleicht Orange mit reinmachen und das dann auf deinem Körper verteilen und dann ist es auch schon gleich so energetisierend. Oder eben auch so ein, ich habe mir hier einen Zitrusspray gemacht. Das spritze ich auch manchmal in die Luft oder auch früh nach dem Aufwachen so in die Luft, bevor ich aufstehe, dass ich gleich so in die Zitrone rein aufstehe. Und ich finde, das hilft schon auch, da ein bisschen energetisiert in den Tag zu starten. Und dann, ja, auch in den Diffuser, auch vielleicht am Arbeitsplatz, je nachdem, wo du arbeitest, einfach ein bisschen gute Zitrusluft zu verbreiten. Das ist ja auch ein Geruch, den eigentlich alle mögen, viele mögen. Und diese Zitrusfrüchte, die sind auch gut, die Zitrustüfte, um so unangenehme Gerüche zu vertreiben. Das sind wir ja auch sehr anfällig, ne. Und das stört uns, wenn da irgendwas komisch riecht. Und da sind diese so Zitrone auch super zum Putzen zum Beispiel. Oder, ja, im Kühlschrank, wenn es irgendwie komisch riecht oder so. Mit ein paar Tropfen, ein, zwei Tropfen Zitrone zu putzen. Ja, genau. Wo wir auch schon beim Putzen sind. Viele hochsensible Menschen haben ja Allergien oder wollen einfach nicht so gerne synthetische, künstliche, chemische, aggressive Putzmittel verwenden. Auch aus Umweltgründen und aus anderen Gründen. Und man kann auch super mit ätherischen Ölen putzen. Zum Beispiel kann man sich einfach eine Flasche mit Wasser machen, ein bisschen Essig. Und dann ein paar Tropfen von zum Beispiel Teebaumöl oder Zitronenöl. Und das ist total super zum Putzen. Super natürlich und belastet auch die Umwelt nicht. Und verursacht auch keine Allergien. Stichwort Allergie. Das ist ja auch bei hochsensiblen Menschen verbreitet. Und da kannst du dich auch super unterstützen mit ätherischen Ölen. Zum Beispiel, wenn du einen Heuschnupfen, Pollenallergie sowas hast. Oder was die Schleimhäude eben beansprucht. Dann kannst du was benutzen, was entzündungshemmend ist und was beruhigend ist für die Schleimhäude. Man kann sich auch die Öle mischen. Zum Beispiel Eukalyptus, Pfeffermenz und Lavendel. Und das dann auch einatmen oder diffusen. Ja, ist total super. Genau, es gibt auch Mischungen, Ölmischungen. Also du kannst dir die Öle selber mischen. Je nachdem, so nach Gefühl, nach Intuition, auch nach Geruch, welchen Geruch du gerne magst. Und es gibt aber auch schon vorgefertigte Duftmischungen, die schon vorgemischt sind. Da gibt es hier zum Beispiel eins von einer Marke, was auch konzentrationsfördernd ist. Das ist ja auch super. Ja, da ist Pfefferminz gut, Zitrusfrüchte und auch so Fichte zum Beispiel. Genau, das ist total super, was man da verwenden kann. Und Thema Kopfschmerzen wollte ich auch noch was sagen. Ich weiß, dass das vielen Hochsensiblen so geht. Und ich bin auch sehr schnell von Kopfschmerzen befallen, wenn mir was zu viel wird. Und ich habe mir da hier so ein Roll-on gemacht mit Zitrone und Pfefferminz und Trägeröl. Und das habe ich dann auch immer dabei. Und wenn ich dann merke, oh, ich kriege Kopfschmerzen, dann kann man sich das hier so auf die Schläfen machen. Oder hinten am Hals hier so. Und gerade Pfefferminz wirkt total gut, finde ich super toll. Und also mir hilft es mega gut gegen Kopfschmerzen. Die gehen dann echt gut weg. Und es ist natürlich, ich muss keine Pillen schlucken. Ätherische Öle sind ja auch antiviral, antifungal. Und da gibt es auch tolle Mischungen, die das Immunsystem einfach unterstützen. Also Zitrone zum Beispiel ist eh super. Und da habe ich hier zum Beispiel auch so einen kleinen Roller gemacht für meinen kleinen Sohn. Und als er letztens erkältet war, da habe ich ihm dann auch immer das an die Fußsohlen gemacht. Und das fand er auch ganz toll. Ja, wenn du meditierst, dann kannst du dich auch super unterstützen. Ich habe mir hier zum Beispiel so eine Ölflasche gemacht mit einem Trägeröl und mit Weihrauchöl. Weihrauchöl und da nehme ich mir immer was in die Hände und inhaliere das zu meiner Meditation oder mache mir auch was an die Fußsohlen. Also man kann das echt, diese Öle in alle möglichen Lebensbereiche mit reinnehmen. Ja, auch wenn es um Erkältungen geht, um Krankheiten. Es gibt auch viele Symptome, viele Dinge, die man mit den ätherischen Ölen behandeln kann. Auch unreine Haut, Schuppen, Schimmel, alles Mögliche. Und das eben auf natürlicher Basis. Ja, ich mag die ätherischen Öle total gerne und ich hoffe, ich konnte dich auch ein bisschen inspirieren, dich damit mal zu beschäftigen. Und wenn du neu bist und anfangen möchtest mit ätherischen Ölen, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, also die Must-Haves ist auf jeden Fall Zitrone, Lavendel und Pfefferminz. Und als viertes würde ich sagen noch Weihrauch, finde ich auch ganz toll. Und mit diesen vier Ölen kommt man schon mal echt weit und kann sich da super unterstützen. Ja, teile mir doch gerne deine Erfahrungen, deine Fragen, deine Anregungen in den Kommentaren mit. Ich würde mich super freuen über ein Feedback und auch über einen Austausch, welche Erfahrungen du gemacht hast, was dir hilft mit deiner Hochsensibilität und mit den ätherischen Ölen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mach's gut!